Dann schlag doch mal die Glocke der Erkenntnis und wir wünschen den Herren da oben tatsächlich auch den Mut, Entscheidungen zu treffen, die in eurem Sinne sind. Und das ist auch unser Recht, dass wir das ganz laut einfordern. Wir wollen ein faires, klares, transparentes Verfahren, das, auch wenn die Zeit ganz knapp ist, vielleicht noch die Chance bietet, tatsächlich einen von den angeblich vorhandenen Investoren zu bekommen. Einen, der tatsächlich auch bereit ist, mit einer Gruppe hier zusammenzuarbeiten, hervorragende Produkte herzustellen und damit auch sicherzustellen, dass es für möglichst viele hier es weiter eine Zukunft gibt bei Löwe. Kolleginnen und Kollegen, ihr habt völlig recht mit eurem Ruf und den möchte ich jetzt einfach nochmal hören und dann werden wir uns nach vorne begeben. Aber es gibt für uns ja heute nochmal Gelegenheit, durchaus zu zeigen, wer eigentlich Löwe ist. 13.30 Uhr ist die Betriebversammlung. Aber bevor wir uns jetzt dann wieder auf den Weg zurück machen, die Glocke der Erkenntnis und danach nochmal die Botschaft an die Herren, wer denn eigentlich ist denn ist »Nachtel?« So, jetzt! So jetzt! Wir sind »Nachtel?« Wir sind »Nachtel?« Wir sind »Löwe«! Wir sind kreber, wir sind kreber, wir sind kreber, wir sind kreber.